Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt auf der Lundatalbahn zwischen Gießen und Mainzlar und zurück. Diese Führerstandsmitfahrt wurde gefilmt aus einem Schienenbus der oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen. Die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen erhalten historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre und veranstalten damit regelmäßig Sonderfahrten. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.oef-online.de www.oef-online.de Diese Führerstandsmitfahrt gibt es auch im Internet zum Herunterladen unter www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik stammt von www.mixotik.net und ist unter dem Remix Nr. 272 zu finden. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Musik Musik Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, 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 Ja, Das war's, Und, Das war's für heute, Und, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020